Okay, okay, machen wir nochmal eine Partie, machen wir nochmal eine Partie, aber ja, war ein bisschen, war ein bisschen unlucky hier, würde ich sagen, dass er auf einmal da einen C5 hat, wenn ich mich weiter evakuiere mit der wenigen Zeit, dann hätte ich glaube ich ganz gute Chancen gehabt. Gut, ja, mit F4 den E5 Decken, ja, irgendwie sowas, irgendwas anderes, ich glaube meine Stellung ist trotzdem schlecht, aber mit der wenigen Zeit hätte ich vielleicht eine Chance gehabt. So, aber hat er dann gut zu Ende gespielt, muss man auf jeden Fall konstatieren. So, probieren wir es nochmal, probieren wir es nochmal. Aber das stimmt, er spielt auf jeden Fall langsam oder langsamer als ich, das ist ganz hilfreich. So, das ist hier auch eine Variante, die ich schon vor langer Zeit, habe ich schon vor 8 Jahren, habe ich die schon gespielt. Kann man einfach spielen, ist nichts Besonderes, D5 ist nicht so gut, glaube ich, ist ein bisschen früh wegen Dame G5 und jetzt hat ihm das nicht so viel geholfen. So, glaube ich, glaube ich, so ist ungefähr mein Gedächtnis hier. So. Georg ist auch am Start, grüß dich, Georg K., mein Lieber, grüß dich. Aber macht Spaß hier, sehr spannende Partien, ja, H4, okay. Okay, Dame G4 oder, ja, Dame G4 sieht irgendwie sinnvoll aus. Dame G6 hätte er H5 gemacht, das wollte er, das müssen wir ihm nicht unbedingt geben, dass er H5, H6 spielt. Und er verbrennt, er verbrennt schon wieder viel Zeit. Moin, Lagrange, HK, was geht ab? Er verbrennt schon wieder viel Zeit in der Öffnung. So, jetzt macht er H5, er will H6 spielen. Ähm, ich kann selber H6 machen. Oder E5 spielen. Will ich jetzt abschließen mit E5? Ich könnte es machen. Ähm. Ja, warum eigentlich nicht? Mir gefällt E5. Ich hätte auch H6 spielen können, aber E5 gefällt mir irgendwie. Mal sehen, was er jetzt macht, ist gar nicht so klar. F3 kommt, Dame G3, Schach, Laufe E2, hängt der Bauer. Also, wie entwickelt er sich zu Ende? Ist nicht so leicht. Er kann natürlich irgendwie erstmal B4 machen. Aber irgendwann, oder B3, klar. Aber irgendwann muss er sich schon um seinen, ähm, muss er sich schon auch um seinen Königslügel kümmern hier. Dame C2, so, dann spielen wir mal Läufer C8. Jetzt macht er bestimmt F3. Aber nee, F3 kommt immer auch Dame G3, Schach. Und B4 habe ich Läufer F5. So, ich reorganisiere meinen Läufer. Moin, CB87. Ähm. Was geht ab? CB87, 2020, schön, dass du dabei bist. So, ein Schach gegeben, jetzt Dame G5. Dann macht er wirklich B4, ne? Dann macht er wirklich B4. Ich könnte erstmal Läufer D7 machen. Machen wir erstmal Läufer D7. Einfach lästig spielen. Jetzt kann er nicht B4 machen, wegen Läufer A4. Jetzt macht er den. Aber jetzt kann ich Dame G5 spielen. Wo bringt Dame G5 eigentlich so viel? Warum bin ich da so heiß drauf? Naja. Er muss erstmal den Bauern decken, ne? Er muss erstmal den Bauern decken auf E3. Ist auch wieder nicht so einfach. König D2, König E2. Sieht komisch aus. E4 will ich ein bisschen locken. Weil dann habe ich hier einen Hebel. Ähm. Gefällt mir ganz gut. Guten Abend, Professor Eisenstein. So. Jetzt macht er. Ach, den kann er machen. Ja, okay. Den kann er machen. Das stimmt. Läufer D2. Kann er machen. Ja, gut. Dann machen wir mal F5. Warum nicht? Jetzt macht er bestimmt König C1 oder so. Dann rochieren wir mal. König B2. Okay. Machen wir mal hier A5. So. Und wie geht es weiter? Stellen wir die Dame wieder hier hin. Dann stellt er auch seinen Läufer hin. Vielleicht mit B5 kann ich spielen. Oder mit A4 erst mal. A4, B4, Springer B3. Den da reinstellen. Oder Turm B8 jetzt einfach mal. Nochmal sehen, was er nach Turm B8 macht. Ob er mir B5 gibt? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich macht er A4. Und dann habe ich meine Stellung da nochmal ein bisschen gestärkt. Aber es ist die Frage, ob ich ihm das überhaupt geben musste hier. Naja, er macht H6. Ich sage mal so, ich bin auch sehr schnell mit meinem Spiel. Du kannst mir hier mal zeigen, was du machst. Ich bin jetzt aber auch sehr schnell mit meinem Spiel am Damenflügel. Ja gut, aber jetzt. A4, B4. Er will. Das sieht aber sehr anrüchig aus. Hier muss irgendwas gehen. Sagt mir mein Gefühl. A4, B4. Ja gut, schlagen wir mal. Und dann Läufer B5. Tauschen den ab. Und machen hier Stress. F4. Was will er denn jetzt? Was will er denn jetzt? Ich tausche erst mal hier. Läufer schlägt B3 habe ich. Wenn er mit der Dame schlägt, kann ich hier schlagen. Er muss mit dem Bauern schlagen. Ich weiß nicht. Vielleicht war es ein bisschen zu früh geschlagen. Aber auf der anderen Seite, why not? So, und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Wohin gehe ich mit der Dame? Nach G4? Gehen wir mal nach G4. Bleiben hier auf dem Bauern. Mal sehen, was er macht. Läufer C3. Turm B1. Ich habe natürlich hier immer ein Auge auf den Bauern. Er kann auch auf G7 schlagen. Aber dann werde ich wahrscheinlich mal meinen Turm reinstellen. Das kann eigentlich auch nicht sein, dass er das zulässt. Sieht sehr gefährlich aus. Ja, den macht er. Okay, wenn ich A4 mache, macht er Läufer B4. Das will ich ihm eigentlich nicht geben. Na gut, dann schlage ich hier mal, oder? Ah, er kann mit der Dame. Aber jetzt schlage ich hier. So, jetzt habe ich hier einen Bauern gewonnen. Klar, ich habe die B-Linie aufgegeben. Aber die Dame ist auch lästig für ihn. Den macht er. Turm B2. Ein bisschen komischer Zug. Er will den Bauern hier schlagen. Das ist klar. Ja, dann machen wir mal Springer. E4. Sieht gut aus. So, jetzt drohen wir einfach abzutauschen und ein gewonnenes Turm ins Spiel. Und, naja, so richtig dem Abtausch kann er eigentlich nicht ausweichen, oder? Er schlägt auf G7. Jetzt können wir einfach wieder schlagen alles. Alles auf. Einfach alles abtauschen. Auf D2. Aber, ich weiß nicht, wie gut dieses Endspiel ist. Ich frage mich, ob ich noch mehr machen kann. Ich kann doch einfach mal loslaufen. Wie wäre es damit? Einfach mal loslaufen. Einfach erst mal loslaufen. So, jetzt. Ach, den hat er. Ah, okay. Das habe ich nicht gesehen. Ja, das habe ich nicht gesehen. Na gut. Jetzt probieren wir doch den Tausch. Macht er natürlich nicht mit. Müssen wir irgendwie den Turm aktivieren. Irgendwie den Turm aktivieren. Okay, ich schlage mal hier. Turm E8. Schlägt auf A5. Okay, dann ziehen wir wieder zurück. Läufe B4. Steht da schon relativ safe, leider. Muss man so sagen. Steht da relativ safe. Ja, ich habe ein bisschen die Kontrolle verloren, auf jeden Fall hier. Das war jetzt auch gewagt. Das Problem ist ein bisschen, dass ich auch auf Matt stehe, mehr oder weniger. Mehr oder weniger. Kann ich hier noch was machen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich stehe leider auch auf Matt, das ist das Problem. Hm. Na, gehen wir mal noch ein paar Schachs. Ich weiß nicht, was es bringt, aber ich will mich irgendwie noch nicht mit dem Remi abfinden. Aber ich glaube, wir müssen uns mit dem Remi abfinden. Ich glaube schon. Ja. Ah, schade. Schade, schade. Da war mehr drin. Da war mehr drin. Da war mehr drin. Aber am Ende, ich kann sogar noch weiterspielen. Ich kann einfach auf G7 schlagen. Okay, das ist natürlich vollkommen verrückt. Aber ja, so viel mehr. Ja, doch. Es war doch deutlich mehr drin. Hier. Einfach abtauschen und hier tauschen. Okay, ja. Ja, es war schon minus 5. Es war schon ziemlich gut. B4 hier. Wow, B4 ist schön. Dann A4, Laufschlägt A4. Ja, eigentlich gute Partien, aber leider nicht mehr rausgeholt. Okay, okay. Ja, gutes Duell gegen Kato GM. Hat Spaß gemacht. So, jetzt haben wir wieder Kato GM. Wollen wir echt nochmal gegen ihn zocken? Ja, machen wir nochmal was anderes hier. Kato GM. Immer heiße Duelle gegen unseren Freund. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Was wäre diesmal schönes Spielen. Verzögerte Steinitz-Variante. Das spiele ich auch gerne. Okay. So. Unseren jungen Freund hier. Kato GM. Mal sehen, was er sich diesmal überlegt. Wer ist denn McGregor? Fragt Beratzchen. Der weiß schon niemand mehr, wer McGregor ist. Okay. Okay. Für die, für was jetzt, wie, wie war das aktuelle Duell? Logan Paul gegen Mayweather. Das war das Letzte. So, Läufe E3. Irgendwie ist das alles ein bisschen lahm. Ah, ich habe den Springer nach E7 gestellt. Der Springer gehört nach F6. Ich frage mich schon. Irgendwas ist hier falsch. Oh, well. Dann schlagen wir mal hier. Und spielen D5. So. Ja, der Springer gehört nach F6 eigentlich. Anyway. Anyway. Zu spät. Zu spät. Da ist er ein bisschen aktiver. Macht doch Druck gegen E4. Ich habe mich schon gefragt, was ist hier los? Ach so, wer von uns beiden McGregor ist? Ja, gute Frage. Springer F5. Machen wir mal Springer F5. Springer C3. Ach, vielleicht tausche ich einfach auch E3 ab und sage mir, ich hole mir das Läuferpaar. Läufer G5 kann er vielleicht machen. Dann F6. Ich glaube, F6 könnte ganz gut funktionieren. Gleich ist doch das EM-Spiel von Deutschland. Das hast du richtig erkannt, mein junger Freund. Felix Sebek. In einer guten Stunde ist das. So sieht das aus. So, und was will er jetzt hier? Ich kann mit dem Bauern auch schlagen. Will ich mit dem Bauern schlagen? Nee, mit dem Läufer. Aber Springer E5 am Ende, kann er das machen? Kann er sich Springer E5 erlauben? Oder vielleicht sagt er, gut, ich entwickle mich einfach weiter. Kann natürlich auch sein. Springer E5. Ja, er entwickelt sich einfach weiter und sagt, ich habe dieses Feld. Naja, aber ich habe meine Figuren auf recht aktiven Posten. Aber mein Läufer ist natürlich nicht optimal. Das stimmt schon. Das stimmt schon. Springer E5 ist spielbar, oder? Hm, ja, vielleicht stehe ich hier schlechter. Tatsächlich mit dem schlechten Läufer. Vielleicht stehe ich hier schlechter und jemand meinte, ihm gefällt das neue Mikro mir auch. Das ist einfach ein richtig nicer Sound, oder? So, jetzt Springer D6 und Springer E4. Jetzt kann er zumindest den Springer nicht mehr ziehen, weil der Bau auf F2 hängt. Ja, das kann er leider machen, ne? Ich kann nicht gut wieder schlagen. Hm. Hm. Ja, gut. Na, Springer E5 machen wir erst mal ganz gediegen. Springer F7. Hilft ja nix alles. Hilft ja nix. Ja. Aber ich stehe natürlich schon einen Ticken schlechter. Wobei, wenn er jetzt den Springer abtauscht, dann kann es eigentlich nicht so schlimm sein. So schlimm kann es nicht sein, weil ich kontrolliere die einzige E-Linie. Und das passt schon. Fritzi und Blubber sind in meinen Augen die absolut unberechenbarsten. Das stimmt, ja. Da weiß man nie, was passieren wird. Dame G5 sieht vernünftig aus. Er kann F4 spielen. Darum schlägt er F4, Turm F1. Warum eigentlich nach G5? Warum nicht nach... Gut, ich dachte Dame F4, G3. Das ergibt schon Sinn eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke. Was macht er hier? Was macht er? Er lässt sich schon wieder Zeit. Das sehe ich gerne. Läufer D7 ist jetzt eine Möglichkeit für mich. Läufer D7 und F4 ziehe ich einfach mal eine Dame. Dame F3, okay. Jetzt will er auch Springer F6 machen, logischerweise. Das lasse ich mal nicht zu. Spiel König G7 und H5 immer noch in petto. Will jetzt Springer E3 und will richtig hier Druck machen auf den Bauern? Oder G3 erst mal. Das ist ja ein bisschen zahm. Aber was mache ich hier eigentlich? Ist echt nicht so leicht. Ist nicht so leicht hier einen vernünftigen Zug zu finden. Leider. Hafenspringer E3, H4 vielleicht ein bisschen Stress machen. Ist die Frage, wie viel Stress das macht. Aber okay, probieren wir das mal. H5 und machen wir ja, machen wir auch H4. Hier ein bisschen vorbeischauen. Gut, kann er auf D5 schlagen. Sieht nicht richtig aus wegen Turm D8. Also G4 höchstwahrscheinlich. Und dann Turm F8 vielleicht. Ein bisschen auf die schwarzen F8. Spiel diesen Zug, das ist überraschend. Na ja, also hier werde ich auf jeden Fall mal schlagen. Das ist klar. Und jetzt ist der Springer auch so gefesselt. Das kann doch eigentlich nicht gut sein. Jetzt aktivieren wir den Springer. Springer D6 sieht richtig aus. Warum habe ich eigentlich direkt geschlagen? Jetzt hat er immer ein H4 als Möglichkeit. Na ja, Springer D6. Ja, H4 ist so ein bisschen lästig. Wohin mit der Dame? Dame H6. Sieht zu passiv aus. Aber Dame H5. Dann kann er schlagen. Springer F5 auch spielen. Hm. Ah ne, kann er nicht. Ja, machen wir das. Machen wir das. Machen wir das. Tauschen wir die Damen ab, wenn er das will. Er kann natürlich auch Dame F4 spielen. Aber dann Turm F8 vielleicht. Wie ist das Endspiel für mich nach dem Abtausch? Sollte okay sein. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Okay, das wird schon wieder Zeitnot Schlacht. Ich sehe das kommen gegen Kato Gm. Ich sehe das doch schon kommen. So, er tauscht. König F2. Ähm. Tja. Was jetzt? Turm F8 schach erst mal? Hm. Springer E4. Vielleicht. Vielleicht mit dem Bauern schlagen, damit ich selber hier eine Schwäche auf D4 erzeuge. Es gefällt mir gar nicht so schlecht. Um ehrlich zu sein. Es gefällt mir gar nicht so schlecht. Weil jetzt kann ich hier auch den Bauern angreifen und vielleicht diesen Punkt nutzen für den Turm. Ja gut, D5 macht mir keine Sorgen eigentlich. Läufer D7. Ah, so will er kommen. Okay, wir zwingen ihn erst mal zu einer Entscheidung hier. Weil König E2. Jetzt dachte ich, kann ich nochmal hier einen Schach geben. Ich dachte, es könnte ein bisschen lästig werden für ihn. Probieren wir mal aktiv zu spielen. König F6. So, jetzt weiter aktiv, oder? Oder den schlagen. König E5 sieht auch sehr vernünftig aus. Gehen wir mal Aktivität. Voll und ganz aktiv. Aber jetzt kann ich nicht mehr so gut auf G3 schlagen. Das ist der kleine Nachteil. Aber, okay, er spielt den. Na gut, der Schach muss ich ja geben, oder? Jetzt Läufer D3. Den Läufer reinstellen. König D4 vielleicht als nächstes. Komm, König rein. Das ist verloren für ihn. Das kann er nicht machen. Ja, das ist verloren. E3 sogar. E3 ist komplett verloren, oder? Oh, er hat noch König D1. Aber warum? Also, das muss doch einfach direkt Game Over sein hier. Dieses Bauernenspiel. Er kriegt ja den Bauern nicht aktiviert. A5. Das muss doch tot sein, oder bin ich? So, er muss G4 probieren. Ich schlage. G3. Ah, ich weiß es nicht. Ich mache nochmal G3. Ja, jetzt wandeln wir beide um. Also, es hätte bestimmt eindeutiger sein können. Ah, er hat dieses Schach. Diese Schach hat er auch. Okay. Ah, nicht, dass er jetzt Dauerschach hat. Das wäre natürlich lästig. Ja, das ist seine einzige Hoffnung, selbstverständlich. Dass er Dauerschach hat. Aber das soll er erst mal zeigen. Gut, ich bin natürlich schon sehr offen mit meinem König. Ich bin natürlich schon sehr offen mit meinem König. Okay, wir laufen. Wir laufen einfach mal. Around the world, sage ich mal. Wir laufen around the world. Er kann niemals irgendwie abtauschen. Und, ähm... Oh, nicht nach H5. Das wäre ganz verkehrt. Nach H5 Dame H7 Schach. Äh... Wie kommen wir raus aus der Geschichte? Diese Damen-Mensch-Spiele immer, ne? Ich sag's euch. Diese Damen-Mensch-Spiele immer. Immer diese fiesen Damen-Mensch-Spiele. So, jetzt habe ich mal die Dame vorgezogen. Das hilft. Aber er schlägt den einfach. Frechheit. Jetzt kann er Dame F3 machen. Ich glaub's nicht. Das gibt es doch nicht. Verdammt nochmal. Du Frechtax. Das gibt es doch nicht. Ah. Mann. Boah. Dass er mir hier noch entkommen ist. Echt. Verflixt und zugenäht. Dieses Bauen-Eins-Spiel. Ja, ist komplett gewonnen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah ne, hier ist es sogar ausgeglichen. Ach, verrückt. Und E3. Er hat noch König D1. Das hat er leider noch. Er hat noch König D1 hier. Das Bauen-Eins-Spiel ist tatsächlich Remi. Ach, hier muss ich A5 machen. Hm, ich muss selber festlegen, ja. Ich muss selber festlegen. Und jetzt? Er muss B3 spielen. Boah, ist das schwer. Ja, okay. Es ist gewonnen. Aber ich sollte mich einfach... Ja, König A3. Natürlich vor den Bauern verstecken. Nicht die Bauern schlagen. Das wäre ganz simpel gewesen. König A3. Sofort Game Over. Da ist das Ding. Sofort Game Over. Virus, vielen Dank für deine Mitgliedschaft, mein Lieber. Vielen Dank. König A3 direkt Game Over. Oh Mann. Einfach aus den Schachs rausgehen. Jetzt ist Remi tatsächlich. Jetzt ist Remi. Hat das nochmal versaut? Nicht so richtig. Ja. Dame G6 ist auch schon Remi. Ja, okay. Ja, na gut. Na gut, na gut, na gut. Ja. Schade. Schade. Schade, 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 schade. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann seid ihr hier immer up to date. Darüber hinaus, wenn ihr mich gerne unterstützen möchtet, schaut euch einmal die YouTube-Mitgliedschaft an. Alle Infos, alle Vorteile davon findet ihr, wenn ihr auf den Button klickt. Bis zum nächsten Mal.